also mit dem pflaster bin ich schon ganz weit gekommen bis hier es ist auf jeden fall nicht einfach das richtige fälle immer zu beachten so dass alles in die richtung läuft in den abfluss dass das wasser sich möglichst nirgendwo staut dass man immer die richtige höhe hat hier vor der werkstatt tür habe ich mal ein anderes muster gemacht eigentlich aber tatsächlich um ein bisschen steine zu sparen denn von den roten und von den gelben habe ich nicht mehr allzu viele und eigentlich soll es für den rest dieser fläche hier reichen wird also ein bisschen knapp deswegen muss ich einfach ein bisschen steine sparen da habe ich dann zum beispiel hier um den abfluss noch herum ein bisschen was vor dann bei den türen jeweils möchte ich vielleicht genau das gleiche machen wie bei der werkstatt tür aber die grobe der fläche ist schon mal fertig ich habe versucht so wenig wie möglich zu schneiden wie man zum beispiel auch hier erkennen kann hier habe ich statt den stein hier zu halbieren die ganze reihe entlang mache ich hier eine ganze reihe quasi quer aber bleibt nicht aus trotzdem schneiden zu müssen und zwar an dieser schräge hier beispielsweise da und da an der tür muss ich auch ein bisschen was ich mich schon hingelegt muss ich auch ein bisschen was zurecht schneiden jetzt kommt vorher ist die letzten steine rein hier einer hopfen noch mal die passen hoch schade wäre blöd wenn nicht die fläche wäre mal fertig soweit jetzt 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 Okay. Jetzt kommt wieder die Gummimatte drunter montiert. Die war ja, die war ja mit dabei bei dem Ding hier. Also kann die hier ran. Und jetzt kommt eine dankbare, entspannende, aber trotzdem nicht einfache Aufgabe. Und zwar irgendwie die ganzen Steine plätten. Also mit dem Plätteisen hier, mit dem Verdichter. Ich habe das noch nie gemacht, also mal schauen, wie es funktioniert. Also ich glaube gehört zu haben, dass man diagonal verdichten soll, sodass die Steine eben nicht immer zwei Reihen oder drei Reihen quasi reingedrückt werden, sondern dass die immer schön diagonal verdichtet werden. Probieren. Kopfhörer. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist jetzt der feine Sand oder Bruchsplitt oder wie das Zeug heißt, was in die Ritzen eingefegt wird. Der ist so schön fein, der fließt in alle Ritzen und verfüllt das Ganze. Auch das habe ich noch nicht gemacht. Mal schauen, wie sowas funktioniert. Okay, jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe zwischendurch mal wieder eine Radung Kies geholt, die ich immer für den Beton mache. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist nicht Regenwasserabfluss, sondern eben Schmutzwasserabfluss, weil der quer über den Hof verläuft. Und da habe ich eine kleine Rewi-Klappe drin, sodass ich im Zweifelsfall auch mal reinigen kann. Aber das ist mir ein bisschen zu lang hier. Deswegen werde ich das jetzt mal kürzen. So, das passt natürlich der Deckel nicht mehr, das ist ein bisschen zu lang, der Rand. So, das ist ein bisschen zu langen. 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 Ich muss ja jetzt nochmal losfahren und ein bisschen Füllsand holen für die Ritzen. Aber wenn ich schon auf dem Weg dahin bin, wo das Zeug zu holen ist, dann werde ich gleich mal ein bisschen Beton-Recycling mitnehmen. Zum Beispiel die alten Knochensteine oder noch so ein paar andere Steine, obwohl ich nur Unikate habe, die ich nicht mehr wirklich brauche. Dann kann ich die dann nämlich entsorgen und gleich eine Ladung Quarzsand mitbringen. So, das ist ein bisschen zu langen. So, das ist ein bisschen zu langen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.